Hey, meine Reha Bauken und herzlich willkommen zu einer neuen Episode zusammen mit uns geht's. Hallo. Hi. Wir spielen heute den Sprint-Simulator in Minecraft. Das heißt, wir werden unendlich schnell, ich bin gespannt, wie schnell, schauen wir mal, Leute. Und zwar, dazu müssen wir die verschiedenen, warte mal, warte mal, wir müssen Gold, Smaragd und Diamante, Diamante einsammeln, um Geld zu verdienen. Die werden in den jeweiligen Dimensionen spawnen, die wir uns hier freischalten müssen. Wir brauchen mindestens ein Speed von 500, um den finalen Sprung zum Siegerraum zu schaffen. Aktuell haben wir 0. Es gibt Haustiere, Regenbogenhaustiere, okay, die kosten Geld. Wir müssen diese Blöcke einsammeln, um Speed zu generieren, plus 1, plus 5, plus 10, blau ist am heftigsten. Wieso ist Rot nicht am heftigsten? Team Rot. Team Grün, Alter, die Mitte, die goldene Mitte. Ey, Wocados können wir uns kaufen, wenn wir Hunger haben, da sind die Dimensionen. Shops gibt es offensichtlich auch, nur gucken, was wir da kaufen können. Eberlegen, los, Leute, let's go. Lasst eine positive Bewertung, wenn euch die Folge gefällt, let's go. Ja, wir sind so langsam, weil wir Speed 0 haben. Ach so. Nein, wir haben Speed 0, Alter, ich kann nicht laufen. Jetzt müssen wir die Leertasse spammen. Oh nein, jetzt kann ich nicht mehr springen, oh Gott, ey. Ey, wieso bist du so schnell, Elina, schon? Er weiß die ganze Zeit, die Leertasse smash, Alter. Oh, da ist Speed, den müssen wir einsammeln, da müssen wir hin. Alter, es dauert 100 Jahre, bis ich da bin. Aber da kommt man ja nicht hoch, wie kommt man denn da hoch? Ja, du musst schneller sein, aber du springen kannst, glaube ich. Naja, da komme ich nicht hoch. Okay, wir haben da links, haben wir Coins, aber wir... Oh, Elina, das dauert aber, ey. Okay, jetzt ist es bei mir kaputt. Jetzt hänge ich gerade fest irgendwo. Oh, da ist auch Speed, das ist ein Grün... Ah, der Grün ist, glaube ich, näher und da kann ich unterwegs direkt Coins mitnehmen. Oh mein Gott, wie viel Speed hast du, wie viel steht bei dir da? 5. Du hast einiges eingesammelt. 15. 16. Hä, das wird bei dir mehr? Ne, ich habe nur so schnell eingesammelt. Ach so, ich habe 0, Alter, ich habe da nichts eingesammelt. Warte, ich sammle aber jetzt die ersten Coins ein, aber das bringt mir auch keine Geschwindigkeit. Ey, wir haben gleich 10, Leute. Ein Speed! Was soll ich denn mit einem Speed, verdammte Jochi, Alter? Okay, wir sind jetzt ein bisschen schneller. Ja, das schaffen wir nicht, wir können auch nicht springen, glaube ich. Ah, hier, nice, 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 wie viel gibt das? Ein. Mann, das war ein Grün, den du mir geklaut hast, das wären 10 gewesen. Okay, da sind noch mal Coins. Was verkaufen die denn hier eigentlich? Oh, 30.000 kostet das, ja moin. 30.000, ja moin. Oh, ein 3. Mann, diese pinken eins zusammen, das bringt ja gar nichts, Alter. Gehen die Haare schmieren, den Mist, ey. Ja, was verkaufen die denn? Verkaufen, das sind die Gates nur, das sind die Tore. Ach so, man kann da jeweils... Okay, was ist die günstigste Dimension? Die kostet 30.000 hier. Ja. Beide Leute müssen es kaufen, damit es sich öffnet, steht da. Oh no. Ja, aber das ist doch safe, die teuerste, oder? Das ist mal die günstigste, gucken. Die kostet 250.000 in der Mitte. Und die letzte kostet... Die geht hier, 2,5. 2,5. Kann man das hier einsammeln? Jawoll! Neun! Bam, bam, bam. Okay, wir müssen, glaube ich, mal zurück uns Essen besorgen. Aber ich bin schon ziemlich schnell, schaut euch das mal an. Speed 61. Alter, überlegt mal, wenn Speed 61 schon so schnell ist, wie schnell ist man da mit Speed? 500, Alter. Dann ist man so... Das ist halt echt so. So, wie viel kostet... Wie viel kosten? Ey, 500 Coins Haustiere, die... Meinst du, das lohnt sich jetzt schon? Ey, ich konnte gerade springen. Wie habe ich es geschafft? Weil du halt im Spawn-Bereich bist. Ach so, ja, stimmt. Verdammt, okay. Wir machen weiter. Ein Pinker, der bringt nur eins. Wie viel Speed ist we cry at? 75 und 2... 5, okay. Ich brauche 75 Speed und 2500 Coins. Er hat beides schon ready. Oh, hey, da muss man hier drüber springen. Guckt... Ach so, das ist der Siegerraum. Guck mal. Welcher Siegerraum? Ach, äh, ne, das ist doch der letzte Raum, oder? Nein, das ist der Siegerraum. Da muss man drüber springen. Da braucht man so viel Speed, dass man den Sprung schafft. Ja, aber ich wollte dir ja nur den Sprung zeigen, dass man alles braucht. Ein grüner? Ein blauer ist doch! Habe ich doch gesagt. Du hast grün gesagt. Ich habe gesagt, wir sind blauer. Echt? Dann hat er noch das ein grüner. So, ich habe genug Speed jetzt für die erste Dimension. Ich brauche jetzt nur noch die Kohle. Hast du es schon gekauft? Ja. Äh, nein. Habe ich! Yeah! Okay, was sammeln wir jetzt ein? Ach so, das ist nur Deko. Okay, Geld. Okay, die geben mehr Geld. Was ist das hier? Ach, das ist nur Deko, oder wie? Okay. Okay, geben die... Also, man kriegt jetzt auf jeden Fall statt 50 75... Ah, da gibt es auch dieses Maragdblöcke jetzt. Ach so, das habe ich ja die ganze Zeit angesammelt, oder? Bin ich dumm? Ja, die geben 75, wenn ich das jetzt richtig gecheckt habe. Ja, genau. Statt 50 75. Aber geben diese Speed-Dinger jetzt auch mehr? Warte mal. Gucken wir, 88? Ne, die geben noch gleich viel. Okay. Ich hoffe aber, dass jetzt hier mehr Blaue spawnen, weil ansonsten könnte das... Hä? Hier ist ein Wurm, Alter. Ey, wir müssen uns jetzt die Haustiere ohne, Dina. Glaube ich. Fünf. Denk gar nicht dran. Ich muss erstmal ein Avocado essen. Ein Avocado-Winio. Ja, ich gehe mal zurück. Mehr... Ach so, die kann ich gar nicht leisten. Ich brauche 1000, ne? Ich glaube, jetzt ist eine... Ne, 500 kostet, glaube ich, das günstigste. Ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, Haustiere zu kaufen, tatsächlich. Weil dir mit Glück und so kriegst du halt mehr Kohle. Und vielleicht auch mehr Speed. Und es gibt Jump-Boost. Ich glaube, dann kannst du auch endlich springen. Ah. Ich habe Speed 100. Ich habe 105. Ey, du kannst dir jetzt Haustiere leisten. Ich höre zurück, ey. Ah. Ja, gleich. Ich will mehr haben als du. Ich bin doch so schön schnell. Ja, aber mit Haustier bist du dann noch schneller. Es gibt Haustier, es gibt Speed. Ich laufe jetzt zurück. Ich habe 1000. Wie ist endlich mal Speed nützlich? Speed war eigentlich immer nützlich, oder? Wobei... Geht. Stimmt das recht eigentlich nicht so. So. 500. Wir können uns zwei Haustiere kaufen. Ich hoffe, ich kriege zwei unterschiedliche. Let's go. Gib mir jetzt ordentlich... Was ist das, ey? Eine Schnecke. Oh, Lack, Alter. Ich habe Lack. Alter. Ja, ach so. Stimmt. Das gibt dann... Ey, jetzt will ich Speed. Wenn ich jetzt aber Speed kriege, habe ich die beiden Besten bekommen. Gib mir Speed, gib mir Speed, gib mir Speed. Okay, ein Mini-Creeper. Speed, Alter. Ich habe die beiden Besten. Oh, Alter. Wie schnell ich jetzt schon bin. Jetzt muss ich auch keine Leertaste mehr drücken. Entspannt. Ja, die grünen nehmen wir noch mit, Leute. Die geben mir relativ viel. Easy, easy, easy. Ho, ho, ho. Und das ist erst das. Also hier bin ich ja schon richtig schnell. Und das ist... Und mir auch eins kaufen. Und das ist Speed. Ich kaufe mir ein seltenes Ei sogar. Oh, Alter. Was kriegst du aus? Wenn du jetzt Glück kriegst, ist das krass. Lass mal gucken. Was ist die Schwinde? Alter, Glück ist so... Speed, ist Speed, ist Speed. Glück ist so P, Lina. Oh, mein Gott. Ich bin so schnell. Oh, mein Gott. Elina, Glück boostet. Von 75 auf 200 Geld. Guck mal, wie schnell ich bin, Alter. Lass mich mal Speed testen. Ist hier irgendwo ein Pinker? Da kann man es leicht gucken. Wenn du einen Pinken siehst, sag mal Bescheid, Elina. Hier ist ein Pinker, oder? Nee. Der Creeper, Alter. Alter, da kümmert die Kohle jetzt schon wieder ab. Hier ist ein Pinker. Wir gucken. Wir haben Speed 171. Ah, nee. Auf Speed wirkt es leider nicht Glück. Nur auf Geld. Aber Geld ist ja auch ganz... Eigentlich ganz nice. Ich hätte so gerne auf Geld, Alter. Ja, ja. Ach so. Meinst du Glück? Ja. Ich habe jetzt nur nochmal Speed. Also, ich bin schon schnell so, ne? Aber... Du bist mega schnell locker. Oh, wir können ja wieder springen, Alter. Oh ja, jetzt können wir springen. Aber noch nicht sehr hoch. Ja, Glück ist... Ich meine, Speed ist echt Mangelware hier, ne? Diese Blöcke. Ich gehe, glaube ich, mal in die andere Dimension. Geld habe ich halt sehr genug. Wir müssen ja sowieso auf Elina warten, weil beide müssen sich ja die Dimension kaufen. Die kostet nämlich... Ich weiß nicht, ob man warten muss. Ich habe nur das Schild halt angeklickt, aber da ist nichts passiert. Doch, doch. Da steht drauf. Hier steht... Booth Players Need to Purchase. Also... Ja, ja, klar. 30k, Alter. Also, du wirst Speed brauchen, Elina. Dann wisst ihr alles, was du hast, sind Haustiere, weil... Du wirst sie brauchen für 30.000. 2.000, 5.000. Okay, dann lass das... Oh Gott, Alter, ich habe die gedroppt. Die ist ja riesig. Lass für 2.000 das Haustier kaufen. Soll ich mir auch eins kaufen? Okay, ne? Ein Käfer? Speed 2. Jetzt bist du mega schnell, Alter. Ja, Mann. Kauf mir auch ein Ei. Ich muss mir noch eins kaufen, Alter. Was ist es? Ist es ein Strauß? Bitte nicht. Let's run. Aus Glück 2. Oh nein. Das ist jetzt leider Kacke. Du brauchst halt Glück 2. Und ich brauche auch Glück 2. Okay, wir haben einen Schmetterling. Speed 2, verdammt, habe ich auch schon. Da habe ich zweimal Speed 2. Weil Speed braucht man gar nicht so viel. 250 nur. Also man wird eher Geldprobleme haben, glaube ich, als Speedprobleme, weißt du? 100.000 kostet das, ne? Naja. Du brauchst Glück 2. Man wird Glück 2. Du brauchst Glück 2, sonst wäre das nicht. Kann natürlich sein, dass du jetzt so viel Geld verpulverst, um Glück 2 zu bekommen, dass es sich da nicht gelohnt hat. Aber was willst du machen? Ja, ich habe dann aber auch Glück und kriege es halt sofort. Zum Beispiel beim dritten Versuch, wie ich. Was hast du bekommen? Ja, warte mal. Das kann ich dir aber den Glück 1 geben, oder? Der kann doch hier auch traden. Giver, Stand on Diamond, Receiver, GIF, GIF. Achso, man kann Geld nur übertragen. Nee, man kann dir Geld übertragen. Muss das was? Nee, wusste ich noch nicht. Aber ist praktisch. Ja, das kann ich halt sammeln mit Glück 2 und kann dir da ein bisschen was abgeben, weißt du? Okay, ich habe die nächsten 2000er zusammen. Mal gucken, ob das hier jetzt funktioniert. Glück, 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 Glück. Das ist noch ein Strauß. Oh, schon wieder dieses blöde Hunger. Mann. Hunger? Gibt es auch? Ja. Das ist immer der sinnloseste, Alter. Ich kann dir halt Geld abgeben. Ich habe ja jetzt Glück 2, aber wir spawnen leider nicht so viele Schmaragdblöcke, dass ich hier nonstop welche einsammeln könnte. Das ist gerade eher mein Problem. Wir sind kurz vor... Ja, okay, wir haben 3000. Lina, man muss mal auf dich warten, ey. What? Ich habe ihn im blauen Schlüssel. Hä, ich komme schon durch. Wir müssen gar nicht beide kaufen. Ja, habe ich doch gesagt. Das meinte ich ja. Das heißt nur, dass man da nicht zusammen durch... Ben, guck mal. Warte, ich muss gerade das kaufen. Komm mal her zum Händler. Du hast das Schild in der Hand. Ich weiß nicht, ich wollte es doch nur kaufen. Hast du Rechtsklick gemacht? Ja. Oh nein, du hast gar nicht kaputt gemacht. Oh nein, ich kann doch nicht wieder zurücklegen. Hä? Ich weiß nicht, wie ich das hier anbekommen habe. Oh nein, die wieder, ey. Oh, oh. Oh, wie komme ich denn da ja dahinten? Das ist ein Hammer-Problem. Ja, aber mächtiges. Also, warte, wie viel gibt ein Diablog? Oh, das ist 600. Warte, wie hier durch? Ich weiß nicht, wie, was? Kauf dir mal ein Pad oder so. Aber das ist auf jeden Fall kaputt jetzt, glaube ich. Wenn man so ein Verbotage-Schild hat, um die Dimension zu kaufen. Aber ich kann mir ja noch nicht mal ein Haustier jetzt kaufen. Oh, ich habe genug Speed für den finalen Jump. Ach, geht auch nicht? Nee, ich kann gar nichts machen. Ich habe das blöde Schild in der Hand. Okay, Leute. Ab hier sind wir jetzt wohl allein im Abenteuer unterwegs. Nein! Mann! Elina hat uns wieder mal im Stich gelassen. Ja, dann sammle ich, solange er auf der anderen Dimension geht. Dann kann ich dir das ja übertragen, alter Masterbrain. Geht das? Ja, ja, klar geht das. Man muss aber auf ein Schild drücken. Ich muss dann auf ein Schild drücken. Das geht, glaube ich, auch nicht. Dann sammle ich halt nur für die Statistik. Mal gucken, wie viel ich kriege, wenn ich gar nichts mehr ausgebe. Leute, das ist Spahn. Das ist moderne Spahn, was ich hier mache. Oh, Mann, schade. Warum ist das kaputt, ey? Verpackt, Mann. Mann, warum habe ich das in die Hand genommen? Ich wollte das nicht in die Hand nehmen. Du hast einfach Rechtsklick gemacht? Ich habe einfach Rechtsklick gemacht. Dann hatte ich die in die Hand. Ja, gut. Problematisch, sage ich immer. So. Ich habe dich schon fast wieder heim. Guck mal, wie krass diese Dimension ist. So, wir versuchen aber jetzt natürlich, weil wir 250.000 brauchen, das ist ziemlich viel. Das versuchen wir natürlich jetzt, einen besseren Glückwert noch mal zu bekommen. Das ist klar. Wir können ein Ei. Die Frage ist jetzt, wo fliegen, Alter? Die Frage ist jetzt, kaufen wir uns zwei 15.000er oder 31.000er? Wir müssen halt Glück. Die anderen sind eigentlich nicht so wild. Wir müssen Glück bekommen. Gehe ich Risiko oder safe, Idina? Risiko. Ich gehe ja schon safe, also musst du Risiko gehen. Episches Ei. Ich muss Glück bekommen, sonst ist reingefailed. Nein, ich habe das, was dich fliegen lässt. Oh nein. Okay, das kann ich halt fliegen, aber das ist mega sinnlos fliegen. Man ist übelst langsam, Idina. Oh nein, das war komplett reingefällig. Ich hätte nicht... Aber es hätte doch klappen können natürlich, ne? Ja, stimmt. Okay, wir versuchen jetzt. Die Dimension wäre ja doch immer größer, weil man halt doch so voll schnell ist, ey. Okay, wir versuchen jetzt wieder 30.000. Wir bleiben jetzt natürlich... Oder haben wir doch 15.000? Nee, wir gehen auf full Risiko. Da muss ja dann eigentlich relativ schnell Glück kommen, oder? Alter, ich bin so schnell, ich treffe teilweise die Blöcke gar nicht. Schildkröten. Yeah! Schildkröten-Power. Schildkröten-Shady. Glück 4, Alter. Wie viel habe ich gerade bekommen? 600 oder so? 3500 oder was? Nee, mehr sogar. 3600. Jetzt wird geballert. Let's go! Schau mal, wie viel ich für die teuerste Dimension... Also für diese... Also es gibt ja, ne? Diese Ziel-Dimension, wie viel ich dafür brauche. Ziel-Dimension kostet... 250.000. Sie haben mir vorher auf die Zunge gebissen. 250.000. Ja, aber ich springe ja voll nicht hoch. Ich glaube, ich brauche Jump Boost aus dem ersten Pad. Kann das sein? Weil man muss ja richtig weit da springen. Das kann ja eigentlich nicht sein. Äh, klar. Oh, Moment. Das geht tatsächlich nicht. Was hast du für eine Geschwindigkeit? 640. Ja, ich springe auch nicht wirklich weiter. Ich springe... Ich springe so gefühlt einen Block. Ey, man kann hier rein. Äh. Nie. Okay. Äh, wir haben eine ganz schöne Haustier-Gang schon. Wir hätten jetzt genug für die finale Dimension. Aber ich will eigentlich noch das Speed kriegen aus dem letzten All. Das ist nämlich noch heftig. Wir haben ja aktuell nur Speed 1, glaube ich, wenn ich mich... Jawohl, Speed. Heute habe ich Glück über den Haustier-Gang, aber let's go. Ich habe die drei besten. Mehr brauchen wir auch nicht. Okay, oh mein Gott, bin ich schnell, Alter. Hier, ich laufe nur noch mal, ohne Sprinten. So, jetzt sprint ich? Oh. Ich bin sehr schnelli, Nina. Wollen wir ein Wettrennen machen? Ich lasse dich so ein bisschen vorlaufen. Okay, ich muss hier noch raus. Wir lassen deine Dimension, also in die rosa. Okay. Okay, bist du ready? Alter, du bist so schnell. Oh, warte. So, ready? Einmal hin und zurück, ja? Okay. Ich lasse dich, ich lasse dir vorspringen. Okay. Auf die Plätze, fertig, los. Oh nein, ich bin falsch abgewogen. Falsch abgewogen, warte, nur gerade aus. Lass noch mal machen, lass noch mal machen. Das war nicht fair. Ich lasse dir ein bisschen vorspringen. Auf die Plätze, fertig, los. Und fertig. Oh Mann. Oh Mann. Oh, das ist so schnell. Das muss ich gar nicht kaufen. Ich lasse dir ein Lambo. Okay. Ich bin safe schneller als ein Lambo. Na klar. Okay, wir haben ihn gekauft. Es ist auf. Ich glaube, ich kann auch durch. Achso, warte mal. Vielleicht schaffe ich den Sprung ja doch. Und? Ich kann ja doch gar nicht richtig springen. Ich glaube, ich brauche den Jump Boost dafür, oder? Ich bin ganz danach. Hä? Wie langsam warst du denn jetzt gerade? Ja, weil ich nur so leicht drücke immer. Ich schaffe den. Wo gibt es Jump Boost? Was? Beim ersten. Okay, wir brauchen ja den Jump Boost. Drücken wir mal aus. Jump Boost mit Ansage. Ist ein Frosch. Muss sein. Lol. Hatte ich Jump Boost. Das ist sogar ein Grashüpfer. Oh ja, jetzt sieht es gut aus. Ja, 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 ja. Oh, locker. Was war das für ein Sprung? 30 Blöcke, oder was? Gar kein Problem. Osmedina hat verloren. So sieht es aus. Und Banks hat gewonnen. Hä? Aber ich will noch 1000 Speed. Ich will aber gucken, wie 1000 Speed ist, lol. 980. 995. Edina, hast du mal ein Wettrennen machen jetzt? 1000. Okay. Ich will dich verlieren, aber okay. Aber lass hier machen, am Rand, damit wir nicht so dieses Portal so nervig haben. Oh, ich wollte hier sauber machen kurz. Okay. Musst du nicht sauber machen? Okay. Ich lass dir... Ich lass dir eine Bahn vorsprung. Oh mein Gott. Eine ganze Bahn. Also sobald du da bist, laufe ich erst los. Okay. Auf die Plätze. Fertig. Los. Bann. Oh. Oh, die Alte. Aber es war richtig knapp. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das heißt, mir doppelt so schnell wie du ungefähr. Ich hab voll schnell. Ich hab ein Schild in der Hand, Alter. Ich hab das in meinem Leben lang in der Hand. Einfach auch in den anderen aufgenommen. Aber ich sehe, was auf dem Schild steht. Siehst du das auch, Ben? Da steht, jeder soll das Video liken, Alter. Liken. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen. Flankt den Like-Button, wenn ja. Flankt den Abo-Button direkt mit. Würde mich freuen. Klick jetzt auf das Video, um zur nächsten Episode zu kommen. Da sehen wir uns dort. Haut rein, euer Benzong. Tschö. Dao.